Einmal kurz, die perverse Sound und Geely-Anzug ganz hinten, ich kann dir bitte aufhören zwischen meine Beine zu schauen, das war's Die Musik ist aus, die Musik ist aus Hey, hallo, die Musik ist aus DJ, hallo Fuck you, was war das für heute? Mach mal Gas, da oben ist einer von den Crimes Ja, aber nächstes Mal mieten wir uns einen besseren DJ, also, ist gar nicht Ey, jetzt haben wir die Schnauze hier, die letzten vier Stunden war gar nichts, ja? Dann macht er wieder, macht er wieder hier Reggae-Anzug Bisschen Reggae-Chilly, you know Ja, genau, genau Ja, Mann, Reggae Jetzt müsste das aus dem LKW hinten und nach außen fallen, dann würde das passen, Alter Was ist das denn? Das ist smooth, das ist Das ist jetzt hier irgendwie ein Porno, Alter Nö, der steht da unten im LKW stand Ja, wollte ich gerade sagen, passt dazu, was im LKW passiert Ich stehe auf diese Frage, wo sie War ich überhaupt nicht richtig? Ja, ne Kann auch noch Ja, fahre ich Guck doch mal, ob ich auf den Straßen stehe, weil ich seh das da dran Was steht da überhaupt drauf? Ja, steht da Echt? Steinverarbeitung? Ne, das nicht, aber die Stadt Achso Oh, wir sind da ausgestiegen Wir sind da ausgestiegen Wir sind da ausgestiegen Fahr los, fahr los, fahr los, fahr los, fahr los What the fuck? Ganz eilig, es hat keiner gesagt, dass ihr aussteigen sollt Nein, ich bin da auch nicht aufgestiegen Das ist gemein Lauf, Freddy, lauf Lauf, Schwein, lauf! Lauf, Schwein, lauf! Lauf, Forest, lauf! Komm, komm, wir sind ja nicht so D-D-Sing voll Alter, jetzt steck der nächste aus Hä? Alter, ich fahr gleich los, wenn ich jemanden überfass, das ist selber schuld, ja? Alter, ich steck auch aus, wartet mal Nein, wir sind von alleine ausgestiegen Die sind rausgeflogen Wir sind alle von alleine ausgestiegen Ja, ja Ja, ja Ey! Ey, warte! Ich hatte zwar die Animation, bin aber nicht drin Mach den Ball Mach den, jetzt ist hier ein bisschen gemütlich hier, ne? Ey! Alter, lass das! Na komm, halt an! Ja, Alter! Schossen! Na komm, jetzt halte ich aber wirklich an Knoll die Typen ab, komm! Ich knoll sie alle an, ey Wie steigt ihr denn aus? Ey, ey, wir sind ja vorne gestiegen Das ging von alleine, man Das ging von alleine Ja! Er ist von alleine ausgestiegen Ey, wir sind immer noch nah Oh mein Gott Alter, jetzt schließen wir ab, dann steckt keiner mehr aus Lass die Kette abgeschlossen Oh Mann Da ist jemand, Alter Ey, es war gut als verfahren, Alter Du bist lustiger als erwartet, ey Ey, was kommt der Hilde lief hart hier Ja Oh, dann wollte ich erstmal ein Kippchen, ey Rauchen ist ungesund, kenn das Ey, jetzt bei der Fahrt hier rauche ich viel zu viel, das ist voll uncool Und bei deinem Stuhlgang, Freddy? Äh, heute ein bisschen dünn, mit leichten Flocken Freundlich bis heute Und jetzt war der wirklich Ja, wie war der farblich und so? Farblich doch eher in die dunkelbraune Richtung Mit leichten, ähm Hellbraunen Er kommt nicht Beschreibung bringt nichts, wir wollen Fotos sehen Vorher-Nachher-Effekte Ja Ne, ich geb dir dann meinen guten Morgenschiss Und, äh, wie war der Geruch? Hm, streng, bis sauer Streng bis sauer Ich würde ganz gerne eine Duftprobe haben Ich steche mit der Nase, freit einfach ein Baby auf Und wie war der Geschmack? Keine Ahnung, ich, ich fress nicht so häufig Scheiße Das ist nicht so ganz normal Achso, ja Machst du auch bloß einmal im Monat Aber wie jetzt gesagt, ich fress keine Scheiße, dann hätte ich dir das ja abgekocht Aber nicht so häufig als die Höhe, komm ich ja nicht Und war Alta mit drin, oder? Ja klar, Hämorrhoidenblut, weißt du Boah, Salmonellen und alles Und da sitzt noch mit ein paar Nüsschen Hm Okay Da musst du auch was Preisen haben, ne? Soll er nicht nur preisig sein Ist ja nicht nur für unsere 5 hierhin hier Ja, klingt auf jeden Fall lecker Hm? Klingt lecker Ja Ich komm an den Händler nicht dran, nein, ich bin nicht dran Profiler, was machst du da? Ich kann den nicht anhandeln Egal wo ich ihn entfelle Ey, du brauchst nur die Lizenz um ihn anzuhandeln Guck mal bitte, ob du die Lizenz vielleicht schon hast, guck mal bitte nach Ich glaub, du hast ihn Du musst Z drücken, nicht I, hm? Ey, Flo Hallo Ich hab mal so, äh, Salz Wir sind doch hier beim Zement-Tendler, oder? Wir sind beim Zement-Tendler Nicht beim Stein Cement, ich dachte wir sind beim... Doch, das ist Stein Doch, Stein Steh doch da Zement-Mixing-License Ja Beim Steinverarbeiter krieg ich Cement-Mixing, oder was? Ja, Cement-Mixing Hast du schon, ne? Okay, den hab ich Ach, so ein Vater, ey Guten Morgen Einmal mit Profis Kannst du einen Kilometer Strafe hinterherlaufen Alter, ihr redet die ganze Zeit von... Da ist der Indy, los, schieß wir nach Boah, Alter Da fehlt das Feuerwerk Da fehlt das Feuerwerk Da fehlt das Feuerwerk Also, du kannst... Diesen Highway kannst du die ganze Zeit nur folgen Also, wirklich nicht schwer Also, ich... Würde ich trotzdem nicht zu verfahren, also... Nein, nach links Sieht das aber geschissen am Highway aus? Ja Ja, er ist high und das sieht aus wie im Weg Ja Highway Macht Sinn, ne? Hey, lass erstmal den Bock an der Tank holen, hier Haha Genau, ich glaube, ich mag was Okay, jetzt halt Sprit Komm, wir hauen einfach ab So? Alter Jawoll Jawoll Ich dachte, einer holt mal hier welche für alle Ja, hinten sind doch böse genug Ja, gut, das war mir so leid Hahahaha 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 Schönes Fahrrad Jungs, wenn ihr da hinfahrt, ich hatte 800.000 dabei Hahahaha 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 Auf geht's, es gibt Kohle Hast du jetzt ernsthaft Geld bei ihr gehabt? 800.000, ja Ey, ist das gerade abgestört, oder was? Ja, der hat die ganze Stroke Ich hab's gesehen, aber ich konnte nicht mehr hochziehen Okay, was bist du gegengeflogen? Gibst du noch? Ja, gerade so, bin unter ein bisschen hängen geblieben Ich hätte im Prinzip wär ich tot oder durch, wäre einfacher gewesen, aber... Ja Hahahaha Hahahaha Teilen wir denn auf, oder? Ich muss sagen, Sanitäter kommen Halt in den drüber Hahahaha Also die Stromleitung ist jetzt weg, das kannst du hier durch Hahahaha 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 Die Verletzten ziehen raus Hahahaha Vielleicht die Waffen noch ein Haste Hahahaha Kohl kohle 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 Ist schon weg Oh Scheiße Und du lässt sie gleich stattdieren Habe ich schon Hahahaha Ja, teilt sie auf, als Jungs Ok Alle drinnen? Ja. Ich glaub schon. Wenn meine Kinder sich nun wieder rennen. Ich löse ihn wieder! Ey, ich weiß wie wir Bernd nerven können. Ja. Sind wir bald da. Ne, und dann muss zwischendurch kommen. Ich muss mal pissen. Ja, genau. Wie lange dauert die Fahrt noch? Sind wir bald da? Nein. Und jetzt? Und lange. Jetzt sind wir da. Ach ne, noch nicht. Und jetzt? Können wir ne Runde Fußball spielen? Nein. Falls jemand pissen muss, ich hab ne Wasserflasche. Meiner ist aber zu groß wie die Flasche. Ja, falls ihr kranken müsst. Du sollst ihn ja nicht reinstecken in die Flasche, Alter. Mein Loch ist aber auch so groß. Das ging. Das passt nicht. Das ist viel zu groß. Trichter haben wir auch dabei. Keine Ahnung. Was die Flasche ist zu groß, verstehe ich nicht. Wenn du kranken musst, steck den Finger rein, warte bis der nächste Funke. Und falls ihr irgendwo noch habt und kranken müsst, steckt den Finger im Arsch und den könnt ihr ablecken. Schokodip. Ja. Schokodip. Wer hat Chips dabei? Naja, wenn er die Scheiße rausholt und dann in der Sonne packt, dann auf der Schips. Ich will nicht sagen, aber bis vor ner halben Stunde hab ich noch den Eindruck, dass ich mit normalen Leuten hier eigentlich ein bisschen bin. Nein, das ist die Baumschule, Mann. Das ist die Baumschule. Okay, so, ich zähl runter. Drei, zwei, eins, go! Oh, Dominik, ey, du Volli. Alter, ich schnapp gar nicht. Fete, Alter. Ey, putt ihn aus. Echt, der muss aussteigen, der muss laufen. Der kann jetzt laufen, der kann laufen. Echt, der muss laufen, Alter. Schmeiß ihn raus. Oh, da kommt jemand. Hey, da kommt ein Auto, los, rammt ihn! Wir haben ihn, rammt ihn! Wo ist denn das? Voll ausgeglichen. Wer ist denn das? Weiß ich nicht. Der D-Sing. Der D-Sing ist weg. Der D-Sing ist weg. Der D-Sing ist weg. Der D-Sing ist weg. Wir wissen das, ich kann den nicht spotten, der ist im toten Winkel. Warum bezahlen wir den nicht? Was, warum ist ein toter Winkel? Der lebt doch noch. Der Winkel, den ist tot. Ich wickel dich, dann stirbst du. Ne, ne, ne. Alter, es wird so kalt in meinem Zimmer, weil ich dieses Fenster aufhabe. Na, die Plane ist ja auf, Mann. Wobei, ich kann das ja eigentlich gar nicht sehen. Dein Arsch ist kalt. Sollen wir es mal hier im Wagen aufwerfen? Oh, ne. Alle, alle ins Ei, in das Loch, oder was? Naja, wie die sehen Zwerge, ne. Mach doch mal einen Kreis. Alter, ey, ernsthaft, ihr spielt... Oh, Straßenschwette. Oh, oh, du D-Dingst gerade. Oh, ja. Macht ja nichts bei mir, ist das nicht so. Bist du halt in dem Gebäude dran. Oh, wir stehen jetzt, Kopffigur. Ja. Rinde im Sound. Oh. Feuer! Ähm, Leute, das ist kein D-Ding, ja? Ach so, das ist der Wolf. Ach, du stehst! Oh, WTF? Oh, WTF? Oh, WTF? Oh, WTF? Oh, WTF? Oh, jetzt wieder! Verdammten Fahrer. Ey, Alter, wir sollten weniger tracken. DJ! Alter, wir gehen jetzt so komisch. Ist hier komische Sachen hier. DJ! Die Musik ist aus. Unser LKW fliegt. Oh, ey, kann mal jemanden den DJ mal hier wieder ranholen? Ich glaube, der ist high und nicht in der Ecke und weint. Der ist auch auf dem High-Way. Ja, der ist auf dem High-Way. Ja, aber auf dem falschen High-Way. Die Beißen-Way, die Haie. Da war ja eben noch gar einer. Ja, genau. Letztens meint einer... Wie nennt man einen Schwarzen, der einen Flugzeug fliegt? Das eine Flugzeug? Ein... Wie nennt man einen Schwarzen, der einen Flugzeug fliegt? Als da keiner Garn raus hat, meint der... Einen Pilot. Okay. Aber ziemlich flach. Entweder man das so richtig trocken sagt. Alter, dann kommt das gut. Er hat doch genau so gemacht, ja. Machen wir jetzt ne Witze-Runde? Ne, lieber nicht. Das wird so unlustig, meinst du? Das war zu flach. Kommt ein Ball um die Ecke. Und fällt um. Das kenn ich schon. Treffen sich zwei Schneeuer... Das ist einfach erzählender Witz. Danach... Treffen sich zwei Schnecken im Wald. Sag dir jemand, du weißt, was mir letztes passiert ist. Ich jogg so durch den Wald, wächst vor mir im Pilz. Haben nicht viele gelacht. Macht ja nichts. Gelacht trauerlich. Die Trauerlachen. Das ist so gut geworden. Die Beine. Sind wir bei da? Ich muss mal pinkeln. Ich auch. Da ist ein Wald, können wir da mal bezahlen? Nein. Ich muss mal kacken. Ich krieg dir mal an die Eier. Du hast keine. Oh. Die werden dir gerade amputiert. Oh oh, Polizei! Jetzt Polizei! Nein! Nein! Leute! 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 Jetzt bitte nicht aussteigen. Wir sind verletzt. Wir können nicht aussteigen. Jetzt seid doch leise. Ich hab Tourette-Syndrom. Tourette! Tourette! Einfach leise. Ja, seid mal bitte ruhig. Redet mal nicht. Schönen guten Tag, Officers. Wir können nicht aussteigen. Wir sind verletzt, ne? Soll ich aussteigen? Nein! Seid mal bitte ruhig. Das sind keine Bullen. Nee, das sind keine. Nein. Doch. Nein. Das sind keine Bullen. Ja, die haben Vorzeige von den Bullen geklaut. Das sind keine Bullen. Ja. Seid mal bereit. Soll ich aussteigen und schießen? Aussteigen geht! Also ich hab keine Waffe. Ich schon. Was macht der? Der heilt sich. Achso. Was ist dabei? Ja, das kostet aber, wenn die sich hier heilen an dem Ding. Alle wollen sich, glaub ich, nur heilen. Die wollen sich, glaub ich, nur heilen. Die wissen auch nicht, wie viele hier drin sind. Wovon wir würden jetzt alle aussteigen, wie die gucken könnten. Wir sollten alle aussteigen. Nein, nein. Dann schießen wir. Äh, das kostet doch. Die fangen gleich weiter. Die fangen gleich weiter. Die fangen gleich weiter. Schade. Ich dachte, die Bullen halten uns jetzt an. Schade. Ja, hab ich auch gedacht. Ja, das wär richtig cool geworden. Aber, hatten die nicht Blaulicht an? Oder haben die einfach... Ja. Da könnten wir trotzdem Blaulicht anmachen. Weil die Funktion hat, dass das vorne ist. Eigentlich nicht. Haben doch nur die Bullen, oder? Nee, das haben nur die Bullen. Haben sie doch gar nicht angehabt, oder? Doch, ich hab sie gehört. Doch, haben sie. Die haben Sirene angenommen. Lass sie mal wegfahren, bevor wir... Warte, 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 warte. Warte, warte, warte. Warte, 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 warte. Oh, das explodiert euch. Oh, wir explodieren euch. Oh, der ist breit. Oder? Gutes Sterbenbilder. Alter. Wow. Da ist irgendwas für Frechenschutz. Die Tippen bleiben stehen.